moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute geht's nach glattbach zu tobias denn da gibt es eine sache die wir zusammen klären müssen nämlich für unseren kanal und so eine kleine sponsor sache lasst euch da überraschen so ein bisschen an ausrüstung sozusagen ist in überlegung wie große zum beispiel oder schuhe oder rucksack mal schauen wir wissen es noch nicht wir lassen uns überraschen was der nette herr uns zu sagen hat aber was er uns sagen möchte geben möchte wie auch immer wir werden das heute mit dem wir sprechen alles und dann schauen wir weiter und wir sehen uns später also ja ihr habt nicht allzu viel gesehen außer abschnitt heute morgen und abschnitt wo ich im bus gewesen bin ich hoffe ihr versteht mich auch super so ja ihr seht ich bin wieder zurück und die sonne geht langsam runter sollte auch nicht ganz so kalt also beim militär und freizeit shop kann ich soll euch schon mal kurz zeigen ich hol mal eben raus ich habe dann immer schon kärtchen mitgenommen und zwar hier ist das kärtchen könnt ihr ja könnt ihr ja sehen militär und freizeit shop falls du das sehen solltest auf meinem kanal grüße an dich dann auch noch mal dankeschön denn wir sobald wir wieder auf tour gehen sozusagen beziehungsweise wenn wir das wisst ihr ja auch noch nicht dass wir noch mal ein fernsehinterview haben mit einem holländischen fernsehteam beziehungsweise niederländischen und da schauen wir mal wenn wir das dann haben sollen wir vorher bescheid sagen und dann werden wir so ein bisschen ausgestattet von ihm und da erstmal wirklich dankeschön top finde ich gut und ja ich werde das ganze natürlich auch noch mal auf unserem kanal ankündigen keine frage und ja jetzt müssen wir zum teil meine zuschauer schon ein bisschen auf unserem kanal wird das wahrscheinlich das mich überlegen entweder am wochenende naja ich denke mal eher nächster ende nächster woche sowie dieses video hier also wenn dieses video hier rauskommt kommt auch das video auf unserem gemeinsamen kanal und ja ich bin jetzt auf dem weg noch mal ins dorf auch wenn heute valentinstag ist treffe mich da mit jemanden vom verein vom karnevalsverein bezüglich werbung auf dem wagen und ja sonst gibt es soweit nicht mehr nix nicht mehr nichts mehr zu berichten im moment haben jetzt ernsthaft den saunting gemachten bauzaun damit man nicht mehr an die pferde rankommt was sind das doch für schweine jetzt mal ehrlich das schwein naja gut egal nichtsdestotrotz ich mache mich jetzt wieder wie ihr sehen könnt und wie geht es drauf und ich muss ehrlich sagen ich bin wirklich wirklich glücklich darüber dass es jetzt wärmer wird langsam aber sicher Gut Und ich habe schon viel zu lange gelagert labert mit einem video lang zu labern ist nicht gut Donnerstag leute naja für euch dann was das blöde für mich jetzt in zwei tagen Kommt tobias mal vorbei Und dann gehen wir Mal ein kleines wald stück begutachten Wo sich angeblich auch Reste Zweiten weltkrieg befinden sollen Schauen wir mal ob wir da Was schönes finden werden Ich weiß noch nicht genau wie ich das mit den filmen mache Aber ich denke mal ich werde euch in dem blog hier mitnehmen Ist ja gar kein thema Ja die andere sache ist Wovon ich gesprochen habe das zieht sich doch noch ein bisschen hinaus leider gottes Was ich da angekündigt habe wo ich mich sehr darüber freue Dass das funktioniert Und Ihr euch auch darauf freuen können dass das bald kommen wird Aber Zieht sich nicht mehr allzu lange also ich schätze mal so wenn das video hier rauskommt nächste woche ende nächster woche vielleicht noch Zwei wochen ungefähr oder drei Und dann kommt dann So sagen das erste video von diesem projekt Die andere sache ist ja mit landwirtschaftssimulator 17 habe ich ja auch schon mal angekündigt Dass ich mal wieder gaming machen möchte Da muss ich erst mal wieder aufnehmen leute also ich habe mir vorgenommen dass ich Ja sozusagen erst gut ein paar folgen aufnehmen bevor ich hoch lade Das werde ich auch machen und dann gibt sie dann auch demnächst Auf dem kanal also jetzt sehen wir erst mal uns später wieder Ich habe ja gesagt ich melde mich noch mal Mittlerweile ist es schon dunkel geworden ihr seht da draußen kaum noch was bis auf die laternen Ja PC ist jetzt schon an so weit Und Jetzt wird wahrscheinlich noch eine runde gezockt und dann werde ich wahrscheinlich auch gleich Ins bett gehen weil ich muss ja morgen wirklich früher raus Nicht ganz so früh als schon gesagt Also nicht um sechse sondern Ich werde wahrscheinlich erst um acht uhr aufstehen Ja Ja und dann Wird dann Tobias auch bald kommen Ich treffe mich mit ihm da Und Ja dann schauen wir mal Was wir denn da so schönes alles finden werden Ich hoffe natürlich da ist was gutes bei Aber ihr werdet es selbst sehen Also sehen wir uns Für euch später also für euch jetzt gleich Für mich erst In Sagen wir mal acht stunden Und ja bis Später Servus Leute Ja Es wird ein neuer Tag Und ja jetzt geht es gleich los Mit Tobias Ja Auf geht's Jo Leute Ja ich wachte jetzt noch auf Tobias Ich wachte jetzt hier Bushaltestelle ist da hinten und Dann können wir auch schon los Also bis gleich Ja Leute Ich melde mich zurück Tobias ist mittlerweile auch da Da vorne läuft er Ja Wir haben Reste gefunden Er ist nämlich gesprengt worden Ihr seht hier den Rest Riesenklotz sag ich jetzt mal Ihr seht da ein riesen Betonklotz Und der eigentliche Bunker ist da vorne wo er jetzt läuft Da gehen wir jetzt mal hin Und hier haben wir erstmal einen riesen Krater Ihr könnt es sehen So Jetzt gehen wir mal nach Wow Ich bleib überall hängen Ich kenn dieses scheiß Fahrzeug Ja hier haben wir natürlich Müll Ganz klar Ja 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 Du stehst da drauf Dann gucken wir uns das mal an Schauen wir mal Weißt du wie viel gepost zu halten als scheiße Oha Du bist hier den ganzen Bunker bist du Boah ich zitter zu viel Oha Ja Man kann vielleicht nicht viel erkennen Aber ich halte euch gleich mal runter So Ihr habt jetzt gerade den Schlipp bekommen Wo wir gerade am Am Bunker stehen Boah scheiß Dornen So Wir gehen jetzt Durch dieses Stück weit Ja Leute ich weiß nicht wie ihr verstehen könnt Wegen dem Wind Weil das hört man auf der Aufnahme doch sehr Ja Lustige war wir sind jetzt gerade unterwegs zu einem Waldstück Zu dem angeblichen Waffenwald Und Auf dem Weg dahin Hinten auf der Kreuzung Aber habe ich einen Oberflächenfund gemacht Was ich wirklich lustig finde Ich habe da nicht mit gerechnet Ich habe da einfach nur auf den Boden geguckt Und habe ein 2€ Stück gefunden Ja gut Ich meine Zählt Also Ja Gucken wir mal Ob wir da gleich noch was finden Bis gleich So Ich bin ja mit meinem So Egal Wir sind angekommen Im Waldstück hier Und Ja da ganz hinten Das kleine Stückchen Wald Was ihr seht Das war da wo die Flackstellung war Zumindest sah das so aus wie eine Flackstellung Und Ja jetzt machen wir gleich mal so ein bisschen Die oberflächliche Begutachtung sozusagen Hier Ich freue mich schon wenn wir nächsten Monat mit dem Metalldeliktum anfangen Ich würde aber auch sagen dass wir anfangs nach hier gehen oder Entweder nach hier oder bei mir irgendwo die Felder da Erstmal hier Erstmal hier Hier hört sich nämlich interessanter an Deswegen wenn wir dann wahrscheinlich nach hier gehen Ja Leute jetzt habt ihr ja Jetzt hast du schon so viel vorweg genommen Ich habe das noch gar nicht verraten Was? Achso Ich habe das euch noch gar nicht angekündigt Leute Ich habe ja gesagt es kommt ein Projekt das euch auch freuen wird Mich freut es auf jeden Fall Und ja das ist dieses Projekt mit den Metalldetektoren sozusagen Da fange ich auf meinem Kanal mit an Und ja dann gehen wir wahrscheinlich als erstes nach hier Weil das hört sich hier wirklich sehr sehr interessant an Und ja dann sehen wir uns später wieder Und wenn der Robben nochmal sehen solltet oder so Dann fragt immer Autogrammkarten Der hat immer welche dabei Genau Ja Autogrammkarten habe ich immer welche dabei Fragt einfach nach Erding habe ich auch immer dabei Falls ihr irgendwo anders auf dem Autogramm haben wollt Oder sowas Ist zwar Einfach nachfragen Hört sich bekloppt an vielleicht jetzt Ich bin der neue Spot Als kleiner YouTuber so wie ich jetzt sage ich jetzt mal Aber warum nicht habe ich Spaß dran Also sprecht mich einfach an Hallo ich bin der neue Spot Ja Leute Wir sind jetzt hier wirklich mitten in dem Waldgebiet Wie ihr sehen könnt Das hat man gehört das war nicht zu überhören Und ja Ich habe so ein bisschen das Gefühl Als wenn ich gerade ähm Wildschweine gehört habe Und das wäre definitiv nicht lustig Wir haben hier auch in der Nähe Ich habe gerade beim hochgehen eine Stufe abgesessen Ja ist bald an der Kamera Halt mal kurz bitte auch die Klappe Halt mal kurz die Klappe bitte Ich habe das nämlich gerade wieder gehört Und ich sag mal so wenn wir hier wirklich mitten drin sind Hier Ja Leute Hier lag gerade kacke Ähm Ich hoffe wirklich dass wir hier auf keine Wildschweine treffen Weil das wäre richtig richtig unlustig Weil wenn ihr euch mal hier um guckt Leute Weil es hier keine Chance irgendwie schnell irgendwo hin zu kommen Man sollte ja sowieso nicht schnell machen Aber Wir haben da hinten so einen Jägerstand Das wäre die letzte Rettung wo man hoch könnte Doch bloß ist da eben wie ihr gehört habt Eine Stufe abgebrochen So Und dann ist die Frage ob man da schnell hoch kommt Ich gucke jetzt mal lieber ein Stückchen weiter aus Ich melde mich gleich wieder Ich merke das schon 2 Stunden So ja Aber man ich fange mit einem so an Ja hier haben wir ein äh Tja entweder war das ein gegrabenes Loch Ich mutmaße da nichts mehr Entweder gegrabenes Loch oder ähm Trichter Und da hinten haben wir ein Graben Den sind wir gerade eben von da hinten entlang gelaufen Nach hier Der führt da hinten hinten durch Und führte dann wahrscheinlich zu unserem Bunker nach ganz vorne Finde ich hier interessant dass man das hier findet Ähm Es soll sogar Kartenmaterial geben von hier Da muss ich nochmal genau nachschauen Und wer weiß vielleicht sind wir ja demnächst öfters mal hier Lasst euch da überraschen Ja Leute Ähm Wir sitzen in der Haltestelle Und ähm Ja Wenn euch das Video natürlich gefallen hat Der Vlog sozusagen mit so ein bisschen äh Bunker Special mäßig Ähm Dann lasst natürlich einen Daumen hoch da Würde mich freuen Schreibt was in die Kommentare Äh Abonnieren nicht vergessen Falls ihr wollt Alles kostenlos Alles in der Videobeschreibung Und ähm Und ähm Und äh Ja Dann sehen wir uns noch beim nächsten Video Bis dahin Haut rein Ciao Ciao Ciao